Hallo liebe Jungfrau, herzlich willkommen bei InBalt's Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der ersten Septemberhälfte bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, also schauen wir mal für Jungfrau in der ersten Septemberhälfte. Der Wagen. Du willst in die Ferien, ich auch. Ich war ja erst letzten Sommer, zuletzt. Jene, die in die Ferien gehen, ich gönne es euch. Andere wollen in die Ferien gehen, andere wollen einfach nur weg, okay? Nee, ich spüre hier sehr stark so dieses Weggehen, ja, ich will weg. Da gibt es oder wir haben alle so unsere Lebensumgebung. Lebensumgebung, das kann dann ein Dreieck sein, ein Vierieck oder ein Sechseck, ja, das sind dann so verschiedene Orte, an denen wir uns bewegen, ja. Oder wenn du da jeden Mittwoch einen Arzttermin zum Beispiel hast, zum Beispiel Physiotermin, dann gibt es diese Adresse, wo du hingehst und dann gibt es den Supermarkt, wo du immer einkaufst und dann dein Zuhause, Arbeitsplatz, ja. Da ist dann vielleicht noch die Tante, die du immer wieder besuchst und dann mit der Physio und dann, oder? Es gibt so diese geografischen Bereiche, in denen wir uns bewegen. Ja, wenn es da so eine Mappe dazugebe, Mappe Map, eine Karte dazugebe, dann hätte man so diese roten Stellen da, wo wir uns am meisten aufhalten, so die Hotspots. Hotspots. Und aus denen möchtest du dich rausbewegen, okay. Ich sehe dich im September, sehe ich dich an Orten einkaufen, wo du normalerweise nicht einkaufst. Ich sehe dich im September neue Routinen, an neuen Adressen hinzufügen, ja. Du gehst ab jetzt noch zusätzlich, gehst du da und da Mountainbiken, ja, da kommt eine Radiuserweiterung bei dir hinzu. Im September 2022, okay. Du wirst es vor allem Anfang September spüren. Dass da dein Radius geweihtet wird, ja, über dem hinaus, ja, über dem Gebiet hinaus, in dem du dich normalerweise bewegst, okay. Kann sein, dass es bei einigen heißt, so, ab jetzt fliegst du halt zwei Wochen nach Berlin, ne, für die Arbeit oder so. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, lernt ihr jemanden kennen, der in einer XY-Stadt wohnt und schon gehört das zu deinem Radius, okay. Zwei der Keiche. Jungfrau. Für die Liebe setzt du dich hier in Bewegung, okay. Für jene, die Ferien buchen, die Ferien werden super. Okay, du wirst dich wunderbar entspannen, ja, das ist diese Einigung in dir, das zu einer Heilung führt. Du wirst dich wunderbar entspannen, das werden tolle Ferien. Für jene, die in die Ferien gehen möchten, tja, Pech für euch, auch Pech für mich. Das wären tolle Ferien gewesen. Ich brauche wirklich Ferien. Sorry. Für jene, die hier in der Liebe schauen, für die Liebe schauen, in der Liebe schauen, für euch, ja, ist hier eine Radiuserweiterung angesagt für die Liebe, okay. Es kann sein, dass da ein zusätzlicher Abstecher hinzugefügt wird in deinen Alltag. Es kann sein, dass du hier vor jemandem in eine Stadt gehst, ja, dahin fährst, dahin gehst, dahin fliegst. Es ist so eine geografische Annäherung, die du hier durchführen wirst gegenüber jemandem. Okay. Drei der Schwerter. Bei drei der Schwerter geht es nicht darum, dass dir jemand weh tut, bei drei der Schwerter geht es darum, dass dir jemand weh getan hat. Und das ist hier bei zwei der Kirche, ist das passiert, zwischen euch beiden gab es hier Herzschmerz. Entweder hast du deinem gegenüber weh getan oder dein gegenüber dir. Ich sehe hier, die männliche oder die männliche Person versucht hier nach der weiblichen zu greifen, beschwichtigen zu greifen. Die männliche Person hat hier in dieser Geschichte der weiblichen weh getan. Und man setzt hier etwas in Bewegung, man setzt auch sich selbst in Bewegung, geht an einen Ort, um hier etwas wieder gut zu machen. Okay. Geht für die andere Person an einen Ort. Okay. Es gibt hier eine bestimmte Reise, die zurückgelegt werden muss. Ja, also nicht seelische Reise, ich meine hier physische Reise, ja, in der materiellen Dimension. Jemand muss irgendwo hingehen, um etwas gemeinsam zu heilen. Okay. Zehn der Stäbe. Ach, der Münzen hier. Ach, der Münzen ist die Jungfraukarte, Jungfrau. Mit zehn der Stäbe sehe ich, wie sehr dein Gegenüber bemüht ist. Mit acht der Münzen sehe ich, wie sehr du hier beständige Bemühungen gibst. Also mit zehn der Stäbe ist man vor allem bemüht und versucht alles, um das Ganze wieder gut zu machen. Mit acht der Münzen, Jungfrau, sorgst du dafür, dass hier wirklich etwas repariert wird für die Zukunft. Also ich sehe euch beide sehr bemüht, aber du auf die richtige Art und Weise. Okay. Sehe ich hier in Zukunft, dass es hier zu einem Clash kommen könnte, weil du findest, dass dein Gegenüber sich nicht genug bemüht? Nein, sehe ich nicht, weil ich, oder du siehst hier, oder für dich ist hier wichtig, dass hier überhaupt eine Bemühung da ist, dass du bei deinem Gegenüber siehst, dass er, sie hier, hier eine Vorwärtsbewegung haben möchte, hier eine Heilung haben möchte, über das, was passiert ist, hinwegsehen möchte und sich trotz allem, was passiert ist, um euch beide bemühen möchte. Das siehst du, ja. Du bist halt Jungfrau und weißt deswegen, wie man es tun muss, was man jetzt tun muss. Es ist hier der Wagen, siebte große Arcana. Die nächste große Arcana wäre dann die Kraftkarte. Das ist die achte große Arcana und da ist ein Löwe abgebildet, ja. Zur Heilung, ja, dieser Union bedarf es, ja, braucht es Arbeit, es braucht Routine zwischen euch beiden. Es braucht eine Beständigkeit, es braucht hier Versprechen, es braucht hier einen Aufbau, okay, und nicht ein, ich werde jetzt alles tun damit, hä, aber du, du lieferst ja das Richtige hier, okay. Es gibt hier Frühbucherrabatt bei dieser Legung, gilt für Premieretag, okay, heute kommt die Legung raus und bis Mitternacht kannst du von 25% Rabatt profitieren. Auf der Produktseite siehst du es nicht, aber im Warenkorb ist es dann ersichtlich, okay. Ich werde jetzt hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.